Ich bin Brigitte Manyatis und ich gehöre zum Aktionsbündnis gegen Geschichtsfälschung. Wir beschäftigen uns mit der Person von Hermann von Wismann hier in Bad Lauterberg. Was haben wir bislang erreicht? Eine Tafel, die historisch nicht in Ordnung war, wurde entsprechend umgestaltet, allerdings noch nicht zu unserer vollen Zufriedenheit. Wir möchten auf jeden Fall, dass die Wismannstraße umbenannt wird und wir möchten, dass das Wismannzimmer im Museum auch historisch korrigiert wird und den neuesten geschichtlichen Untersuchungen entspricht.